Jetzt gehen wir dann auf die Startnummer 8 hier, Bart's Wailer, Bart, vorhanden einen aus Belgien, die Türe zu überzeugen, startet hier gleich mit einem No Winners Circle. Ganz sauber der Sprung hier, von der Sitzbank über die Gabel und zurück in das Bike auch gleich, ganz, ganz sauber. Aber wie gesagt, den Jungs kann man an ihm meistens vertrauen. Trotzdem gilt immer noch der Aufruf natürlich, alle hinter die Absperrung, auch die Kinder nicht auf die Absperrung setzen. Denn wenn irgendwo ein technisches Problem auftaucht, was am Bike, dann kann er schon mal richtig vorwärts schießen. Weil wir haben ja hier keine Fahrradshow, sondern das sind alles Big Bikes, Säcke. So, wir haben jetzt die vier Minuten hier die Türe, die ich davon zu überzeugen, die möglichst viele Punkte zu geben, das Umfeld oder das Motorrad da hinfällt. Das Jungs aus dem Ende nicht bleibt, das auf dem Kumpel des Stichs der Räufe und der Motor gestrungen. So, der Baden war auch schon Sieger, Rollen-Enschaftsmeister 2004 und 2005. So, steigt jetzt noch den Tank hier auf den Lenker, wenn die Lüge so reitet, Eichel Räufe, Jure Räufe. Jure Räufe, Jure Räufe, Jure Räufe, Jure Räufe, Jure Räufe, Jure Räufe, Jure Räufe. Dann denke ich mal hier, Kumpa, Freida aus Belgien. Jawohl, aus der Tank. Wir beide gleich zwischen den Arm und den Lenker durch, an dem Satz hier, am Ende der Lüge begann. Musik 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 Das war der und jetzt Das ist eine Baushehrung. Kostend wieder.